Guten Tag erstmal, ich habe bei dem schönen Wetter heute so ein bisschen vergessen, was auf Instagram zu machen. Also hier bin ich und ja, ich freue mich gleich, geht es ja los beim Livekochen 19 Uhr und ich haue gleich noch mal die Liste rein, denn es gibt Gönnüß bei der Kloppser und ja, ich kann euch die Liste reinhauen, 19 Uhr geht es los, da wisst ihr was ihr noch besorgen könnt und da freue ich mich auch gleich, ihr Zuckerschnuten ihr. Ich glaube ich müsste hier mal so ein Lifting machen irgendwie, hier schon Krähenfüße, ne es geht eigentlich noch, Stirn geht noch, da könnt ihr sehen, ich habe noch nichts gemacht. Oh Oh Yeah Oh 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 Bis zum nächsten Mal.